Ich empfinde das als sehr schwierig, Klara. Okay, ich will das noch ganz kurz weiterlaufen. So, wir wollten ein bisschen Industrie, Weizenindustrie wollen wir anbauen noch. Ja, das freut mich sehr, dass wir jetzt ein kleines Städtchen sind, aber... So, hätten wir das auch fertig. So, und jetzt ganz normale Industrie machen wir hier oben hin. So, dann Bürogebäude wollen sie auch haben, kriegen sie. So, wir haben jetzt hier billige Mietwohnungen wollen sie, oh mein Gott, okay, ja. Also große Wohnhäuser mit kleinen Wohnungen zu honorieren, hehehe, ja. Ähm, warum ist die Straße hier gelb und warum ist da rot? Mein Name ist Hase, ich weiß noch nix. Mich beschleicht das Gefühl, ich hab was falsch gemacht. Oh-oh. Da ist einfach ein Dornado. Ist okay. Gehst du bitte woanders hin? Dankeschön. Scheiße. Ich habe auf, ich euch nicht. Ich habe auf, ich weiß noch nicht. Ich werde dir das Gefühl, man gehen. Ich werde dir das Gefühl, ich sage, ich habe da, ich habe die Möglichkeit. Ich habe hier ein Lä rides. Jürgen Tang, ich gehe auf und ich gut mache mich sicher. Ich werde das Gefühl, bin ich dir das. Das Gefühl, ich will nix. Ich werde das Gefühl. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Ja, der ruckelt zwischendurch mal. Aber trotzdem bin ich eigentlich bisher echt zufrieden. Einfach übertreiben mit Briefkästen, scheiß drauf. Ja, der ruckelt zwischendurch mal. Ja, der ruckelt zwischendurch mal. Ja, der ruckelt. Ja, der ruckelt. Ja, der ruckelt. Ja, der ruckelt. Oh, steal my car. I mean, the old Hornbuckle-mobile, please. Oh, good. Here they are. Well, never mind then. Oh, thank you for listening to Second Moon. We're live and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched. Road maintenance services have already been dispatched. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. Das ist schon cool, Leute, oder? Ahana. Das ist cool, oder? Taxi sind eine gute Transportmöglichkeit für Ziele an jeden Orten, an denen es sich keine nahen öffentlichen Verkehrsmittel gibt. Wenn du ein Lädchen, Taxi, du mein Taxi, hier. Okay. Hab ich. Okay. Okay. Das ist cool. Das ist dezent cool, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist so episch. Oha. 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 Hätte ich das gewusst? wie geil das wusste ich okay wir müssen wir müssen gleich definitiv schule bauen das gibt es da auch nach hier wollen ich doch mal okay ich muss ich muss wenn es hell wird wieso bin ich denn hier zufrieden ich warte noch mal ganz kurz bis es hell wird wie die alle meckern viel lärm mangel an unterhalten ja das kann ja noch ja ist alles nicht so einfach weiter versucht ihr doch meine stadt zu leiten ja 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 jetzt können wir nämlich auch nach hier ein bisschen ausweichen sorry du musst weichen das ja ich das tut mir leid das wird nicht besser heute ehrlich Ich weiß nicht. Ende. Ja, ich tue es schon wieder. Die wollen doch nur bestrassen. Was soll das? Kannst du nicht machen? Ich kann, Digga. Ich kann. Meine Bewohner hat von mir irgendwie ein bisschen leid. Das hört nicht besser an. Guck mal, wie wunderschön das ist. Oh, da hat es gerade geruckelt. Hast du gesehen? Ei, 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 ei. Das haben die aber auch gesagt, dass es ruckelt. Boah, ich habe jetzt noch höchste Einstellungen. Ich bin eigentlich echt zufrieden. Also, Loch kann ich nicht meckern. Die müssen dann noch den Programmcode einstellen. Na ja. Können sie ja. Ich bin happy. Ich bin happy. Der zweite Kreis von Kerl. An Endless Love Story. Ah, wir haben keinen Strom mehr. Ja. Ja, das dachte ich mir schon fast, dass das passiert. Weil, ich bin irgendwie viel zufrieden. Ich bin einfach da. Oh, das war ja. Ich bin einfach so fertig. Ich bin einfach sehr angenehm. Ich bin einfach so schlecht. Ich bin einfach so glücklich. Ich bin einfach so glücklich. Mein Freund ist Kinekporrelang. Ich bin einfach normal. Ich bin einfach so glücklich. Das war's für heute. Okay. Okay. Okay, wir haben schon wieder ein bisschen. Okay, wir haben schon wieder ein bisschen. Okay, wir haben schon wieder ein bisschen. Ich muss irgendwie Strom produzieren. Okay, wir haben schon wieder ein bisschen. Okay, wir versuchen das mal. Okay, wir haben schon wieder ein bisschen. Okay. 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 Okay, Thomas Hornbuckle. Okay. 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 Um... Okay. Hey! ... Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Heißt du? Okay. Leute, ich mache für heute tatsächlich jetzt Schluss, weil ich habe jetzt noch eine Stunde zum Runterfahren, weil dann haben wir noch einen Termin gleich. Und deswegen würde ich sagen, das war's für heute. Ciao.